Boah, ist noch nicht genug Staff zusammen für den Ninja Club oder was? Ich finde die neue Trilogie Star Wars ist die bessere. Haha, voll Scherz und so. Heute ist auf jeden Fall was richtig Lustiges mal passiert. Da hinten irgendwo... Ne, warte mal. Ja, links. Wo sind die denn? Genau hinter deinem Kopf. Mhm. Ja, also du musst... Mach halt die Kamera doch höher. Hä? Auf jeden Fall ist da so eine Mädelsgruppe. Da hinten. Und die habe ich in dem Rohr-Video voll gepränkt. Ach, das waren die? Ja. Ah. Und jetzt einen Tag später habe ich die Ninja gemacht und habe genau dieselbe Gruppe. Ich habe es halt voll nicht gerafft. Aber sie halt auch erst als ich es dann aufgelöst habe. Das war ziemlich lustig. Zwei Tage hintereinander dieselben verarscht. Ohne dass sie es wussten. Das ist doch auf jeden Fall ein bestes Aufflug. Äh. Lernste auch noch. Ist zur Zeit auch übelstrend. Das war jetzt meine Storytime. Storytime ist auf YouTube gerade angesagt. Die ganzen Mädels machen Storytime. Okay. Bist du ein Mädel? Wer weiß. Ja. 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 Ja.